Leider hat Camtasia manchmal Probleme mit bestimmten Schriftarten. In diesem Fall habe ich ein ganz einfaches Video mit einem Callout, einer Sprechblase und möchte da so eine Art Handschrift einbauen. Gehe also hier auf die Texteigenschaften im Eigenschaftenbereich, gehe auf die Schriftartenliste und wähle hier die Schrift Chantal Bold. Und was passiert? Nichts. Auch im fetten Schnitt, da wird zwar hier eine Standardschrift fetter gemacht, aber es wird leider nicht diese Handschrift benutzt. Was mache ich also? Ich schließe Camtasia, suche mir den Ordner, in dem die Schriftart installiert ist und installiere sie einfach neu. Rechtsklick, Öffnen mit, Windows Schriftenanzeige. Hier kann ich dann ganz einfach auf Installieren klicken. Die Schriftart wird installiert. Ich schließe sie und starte Camtasia erneut. Wähle wieder mein Callout aus, gehe wieder in die Texteigenschaften und wenn ich jetzt die Schriftart hier auswähle, da ist sie, wird die Schriftart auch richtig dargestellt. Das gilt sowohl für True-Type-Schriften mit der Endung TTF als auch für Open-Type-Schriften mit der Endung OTF. Einfach die Schrift neu installieren und danach ist sie in Camtasia verfügbar. Schriftart